Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lea Gameplays als Hobby und gehe natürlich wieder direkt global los, um die 5000er Punkte-Markte zu knacken. Das kriegen wir bestimmt noch hin. So, wen nehmen wir als Fahrer? Immer so eine schwere Wahl. Noshi ist eigentlich immer ganz niedlich. Ei, ei, ei. Keine Ahnung. Komm, wir nehmen mal die Peach. Die hat mal, glaube ich, noch nicht? Ich weiß nicht. Gruselmusel-Villa. Hey, cool. Aber ich glaube, ich darf nicht mitfahren, oder? Gerade fertig geworden. Sehr gut. Wurde Verbindung abgeboren. Nee, da nicht. Hallo. Hallo. Was ist das, Freunde? Okay. So, da sehen wir mal, wie gut wir heute dabei sind. Mit welcher Truppe wir hier zusammen fahren dürfen. Kommt ja auch immer auf die Mitspieler drauf an, wie gut man fahren kann. Okay. Big Blue. Okay. Hey, zöpfe. Fängt da schon mal krass an. So wie ich es vorhatte, läuft es nicht so gut. Scheiße, ne. Weil ich sollte ich das lieber lassen. Was? Ich war doch noch nicht mehr in der Mitte. Schon wieder zwölfter. Ah, die Welt hat... Die Welt hat blöd angefangen. Ha! Was? 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 Rast mich durch. Sechster. War immerhin. Wir kriegen Punkte. Das ist doch schon mal etwas. Von zwölfter auf den sechsten direkt nochmal hoch vorm Ziel in der letzten Runde. Das ist schon mal etwas. Geworden, oder? Hätte schlimmer sein können. Zum Beispiel nur 0 Punkte oder Minuspunkte. Jetzt muss es aber von vornherein schon besser laufen, auf jeden Fall. Jetzt ist bei euch auch schon so kalt geworden. Gut, wir haben halb sechs um morgens, aber... Das ist kühl. Oh, Babypark. Ich bin schon wieder der einzige Europäer. Alles pink. Boden pink. Auto pink. Was war das denn jetzt schon wieder? Nein. 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 König um Nein. Hm. Schon wieder neunter, ey. Achter. Und wasper. Das war nix. Ich hab gedacht, das läuft jetzt besser. Ah. Na mal schauen, wie es jetzt wird. Nächste Runde. Es hat schon oft mal schlecht angefangen, aber dann wurde es echt gut. Das heißt, dass ich dann öfter erster wurde. Mal gucken. Vielleicht wird es ja jetzt auch wieder so. Oh. 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 nein es wird einfach nicht so funktionieren gespielt es wird nicht so funktionieren es wird nicht so funktionieren es wird nicht so funktionieren beides vorbei nein was mache ich denn es wird wieder besser man merkt es und es gibt immer wieder punkte sehr schön noch 37 noch 37 punkte dann haben wir die 5000 geknackt ich habe das noch mit dem mini selber rumlaufen kann solange man hier wartet du kannst du selber linken und hüpfen oder sonst was aber ich glaube das wäre das totale chaos hier drin ich glaube die werden alle herumhüpfen wie sonst was jeep jeep strand wie so oft es kommen oft nur dieselben welten kann irgendwie das war nicht gut nicht gut 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 ja er hat sich ja mal schnell herausstellen könnt dass ich links bekommen meine güte ich muss doch erster wer das wisst ihr doch und natürlich nichts gemerkt das ist mir schon wieder zu viel hier gut wo das war knapp ja 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 ich sage glaube ich genau punkte geben es gibt immer mindestens so eine runde die wo man echt ununterbrochen getroffen wird das ist wahnsinn wir sind schon bei 16 minuten ich sag mal schnell tschüss das war mario kart 8 deluxe auf der nintendo switch mit mir von der game das ist hobby bis morgen und vergesst nicht daumen hoch und abo auf wiedersehen tschüss